hallo und herzlich willkommen ich bin dennis westermann hier aus dem cube drive tonstudio in oldenburg heute mit unserem ersten teil unserer neuen tutorial reihe wir wurden von einigen kunden bekannten und freunden in echt oder aus dem internet angesprochen ob wir nicht weitere tutorials machen können ich habe schon mal vor ein paar jahren einige ableton tutorials gemacht die scheinbar relativ gut ankam dann haben wir uns jetzt schon seit zwei jahren vorgenommen neu zu machen und jetzt ist es endlich soweit heute mit dem ersten teil der zweiteiligen serie über raumakustik heute geht es um die regie um euren abhörraum bei vielen ist das ja dasselbe aufnahmeraum und abhörraum aber wir gehen da mal ein bisschen grob drauf ein heute genau was da grundsätzlich zu sagen also grundsätzlich zu sagen ist meiner meinung nach ist die akustik in dem raum in dem abhörraum mindestens genauso wichtig wie die lautsprecher wenn ich sogar noch wichtiger unter umständen würde ich eher raten günstigere boxen zu kaufen und dann mehr geld in die akustik zu stecken oder vielleicht 50 50 vielleicht kann man sich abhör boxen um 500 euro leisten dann sollte man auch noch mal 500 euro on top für die raumakustik machen beziehungsweise vielleicht nur dann wenn man nur 500 euro hat 250 boxen und 250 in akustik das bringt schon wirklich viel genau was ist das ziel das ziel ist natürlich einen möglichst neutralen raum zu schaffen damit eure mixe die ihr da abhört und bearbeitet überall gut klingen und nicht nur in dem raum so wie das meistens der fall ist also meistens sind unbehandelte räume da kann musik ja auch gut drin klingen und dann müsst ihr euer neues album oder neuen track und der klingt super fett in dem raum und dann hört ihr den im auto und da hat der viel zu viel bass und bei oma auf dem küchenradio sind die höhen zu scharf und woanders hört man den hall viel zu laut oder viel zu wenig genau und in dem idealen raum hört man den raum halt gar nicht sondern halt nur das was aus den lautsprechern kommt unverfälscht ja das ist theorie und praxis ganz unverfälscht ist es nie es sei denn ihr lasst euch aufwändig in raum bauen mit den perfekten maßen und so weiter das können die wenigsten das konnten wir auch nicht aber wir haben uns zwei professionelle hilfe dazu geholt mit dem christoph von berlin akustik aus berlin wie der name schon sagt der uns damit rat und tat zur seite stand und der uns dann den plan entworfen hat nachdem wir dann diese regie gebaut haben genau genau das erstmal dazu jetzt kann ich mal kurz erzählen welche module es gibt oder was man grundsätzlich so macht also eigentlich die zwei haupt module in der raum akustik sind eigentlich die absorber und die diffusoren die absorber wie der name schon sagt sie absorbieren etwas also die schlucken den schall reflektieren es nicht sondern schlucken und die diffusoren ja zerstreuen den sound also reflektieren auf jeden fall und zerstreuen es aber damit es halt quasi nicht genauso wie es reingeht auch wieder rauskommt sondern zerstreut wird eine kombination aus beiden macht dann meistens den guten raum in aufnahmeräumen gerne mehr diffusion kann man eigentlich gar nicht sagen es gibt ja auch wirklich verrückte regieräume wo wirklich extrem viel diffusion ist oder da gehen die meinung etwas auseinander aber man kann schon so zwei drei sachen einfach pauschal mal sagen was auf jeden fall sinn macht was wir hier natürlich auch gemacht haben ist die erste reflektions punkte zu bearbeiten das heißt wenn ihr in eurem stereo dreieck sitzt links und rechts da wo die boxen die wände berühren also die boxen nicht sondern der schall aus den boxen die wände berührt genauso wie über euch wenn man diese punkte bearbeitet also sprich vielleicht eine alte decke hin hängt oder eine matratze an der wand tackert oder vielleicht baselteck platten oder wie wir das hier gemacht haben mit glaswolle und holzrahmen konstruktion da absorber hin baut das bringt einfach schon wirklich extrem viel genauso wie die korrekte aufstellung im raum also wenn man eine symmetrie wenn es möglich ist eine symmetrie zu erschaffen das bringt auch einfach super viel das heißt wenn die abstände der linken und rechten box zu den wänden jeweils gleich sind und ihr halt auch symmetrisch im raum sitzt also genau in der mitte das bringt wirklich schon viel genau das kann man eigentlich so pauschal so sagen zu den diffusoren muss man sagen wenn der raum zu tot ist also eigentlich kann man erst mal anfangen absorbieren und ganz viel baselteck reinkleben und dann wenn der raum zu tot ist dann fangt er an und baut wieder diffusoren rein damit es wieder lebendig und offen wird ich glaube man hört das auch ganz gut auf der aufnahme hier die hier in dem raum klingt es wirklich fantastisch weil wir eine gute mischung aus absorbern und diffusoren hier haben ganz genau das jetzt erstmal grob so zum ersten kleinen teil über die raumakustik es geht ja jetzt bald weiter mit dem aufnahmeraum und dann um die lautsprecher und so weiter ich bin dennis westermann vom tippton studio hier ist es ganz schön warm und ich freue mich euch bald wieder zu sehen ja hier auf youtube bis dann tschüss